Hallo, nachdem ich jetzt kurz das Beispiel vorgestellt habe, sind wir ja soweit, dass wir das jetzt einchecken und publizieren können. Also wie kriege ich das Ganze in das GitHub-Repository rein und wie kann ich es publizieren, also wie kommt es auf den Web-Server? Dazu unterwerfen wir jetzt die komplette Website, die dem Source Code Management mitgibt. Also erstmal git add, das heißt jetzt alle Elemente, die wir gerade da reinkopiert haben, nur einfach hinzugefügt, also auf die Stage und dann mit commit das Ganze in unser lokales Repository eingecheckt. Sehen wir, alles klar, sehen Sie also hier sind die ganzen neuen Dateien alle hinzugefügt worden, ganzen PHP-Dateien und sehen wir hier in unserem lokalen Repository gibt es jetzt eine neue Version. Damit wir die jetzt auf die andere Seite hinkriegen, brauchen wir natürlich noch einen Push, also einmal git push. Und wenn wir das ausgeführt haben, dann erscheint auf der anderen Seite eben im Remote-Repository eine neue Version und die ist dann auch der Master. Sie sehen hier, werden die ganzen Objekte hochgeladen. Werden wir noch einen Blick auf die GitHub-Seite, sehen wir hier bei unserem Repository-Branch-Test gibt es jetzt drei Submits, das ist was wir erwartet haben. Einmal die Initiale, wo wir die Readme-Datei erzeugt haben, dann das Erzeugen von der Git-Ignore-Datei und dann eben das Hinzufügen jetzt der gesamten Seite, also wo wir quasi alles reinkopiert haben. Im nächsten Schritt würde ich jetzt gerne eine Version erzeugen, die ich dann publiziere, denn wir haben gesagt, der Master, den wir jetzt gemacht haben, der ist gerade getestet. Den haben wir gerade eben in allen drei oder vier Browsern ausprobiert und dazu erzeugen wir uns jetzt einen Produktions-Branch. Das wieder immer, also Git-Branch, den nennen wir jetzt Production und dann wird der erstmal, wie erwartet, hier auf der lokalen Seite erzeugt. Also es gibt den Master und den Production, die zeigen beide auf den gleichen. Gut, der ganze Branch sollte jetzt auch noch rüber, also müssen wir ihn auschecken, dass er unser Produktiver ist und dann können wir ihn entsprechend auf die gegenüberliegende Seite schieben. Das heißt also, wir haben jetzt einen Push-Profil hier mit Setup-Stream und so weiter. Wenn wir den jetzt ausführen, dann sehen wir auf der gegenüberliegenden Seite ist jetzt auch dieser Production-Plan, bzw. das Production-Branch entstanden. Werfen wir mal wieder einen Blick hier auf unser Repository im GitHub, da sehen wir alles klar, es gibt jetzt drei Commits und zwei Branches. Gibt es hier in den Insights, gibt es noch die Möglichkeit, sich über das Network anzugucken, wie das gerade ausschaut. Dann sehen wir alles klar, da geht es jetzt nur vorwärts und da schauen jetzt beide Marker, also wie hier, auf die gleiche Version. Wenn das jetzt also eine Version ist, die wir an den Kunden ausliefern, dann könnten wir da auch eine Release draus machen. Sie sehen hier, neben den Commits gibt es hier auch diesen Release-Knopf auf GitHub und da können wir jetzt sagen, wir möchten gerne eine neue machen. Die soll basieren auf dem Master. Geben wir dir mal eine Version 1.0, also eine typische Release-Version, schreiben hier mal irgendwas rein und dann drücken wir auf Publish und dann sehen wir, gibt es eine Release. Da wird jetzt der Source-Gode als ZIP angeboten, da können jetzt also Leute sich diese Release herunterladen. So, kehren wir mal zurück auf unsere eigene Maschine und schauen mal, wie jetzt unser Repository aussieht. Schauen wir also nochmal in unser GitK rein, da sehen wir also Master Production ist das, was gerade der Head ist. Ist also alles inline, auch mit dem Remote Repository. Das ist gut. Da machen wir jetzt mal weiter. Weiter machen wir natürlich mit unserem Master. Das heißt also, wir schalten jetzt erstmal wieder auf den Master zurück. Da sehen wir also, hier wird der Head wieder umgeschaltet. Dann sehen wir, wenn wir jetzt nochmal in unser GitK reinschauen. Hier sehen wir jetzt, dass der Master fett gedruckt ist. Das heißt, wenn wir jetzt weiterarbeiten, dann wird quasi der Master weitergeführt und Production bleibt eben auf der aktuellen Version, die jetzt gerade im Repository drin ist, stehen. So, jetzt wollen wir mal die Webseite publizieren. Dazu gehen wir mal auf das Produktivsystem und löschen erstmal alles aus dem Produktivsystem raus. Und dann holen wir uns die aktuelle Produktion. Da gibt es wieder ein GitClone und hier gibt es jetzt einen neuen Parameter. Denn was wir ja eigentlich machen wollen ist, wir wollen genau eine Version holen. Das heißt, hier gibt es erstmal den Branch Production. Das kennen Sie schon. Und dann geben wir hier eben den Single Branch an. Das heißt, es wird genau diese eine Version geholt. Und das ist ja das, was wir auf einem Production System brauchen. Ja, also dass wir im Prinzip nur die letzte Version haben. Schauen wir mal da rein. Ja, sieht so aus. Also hier sind unsere PHP-Files und so weiter. So, das heißt, die ist jetzt online. Schauen wir mal kurz nach. Also gehen wir mal auf die Online-Seite. Ja, das sieht gut aus. Das ist das, was wir erwartet haben. Also hier unsere Sonderangebote und so weiter. Das ist jetzt Mopera. Das müsste ja dann eigentlich im Chrome genauso aussehen. Die anderen brauchen wir jetzt nicht nochmal testen. Das haben wir ja schon mal gemacht. Jetzt haben wir das ja alles soweit vorbereitet. Jetzt können wir uns ja mal dran machen, Änderungen an dem System vorzunehmen. Und das machen wir dann direkt im nächsten Film. Und das machen wir dann.